Musik Wissen Verbindungshelfer kann sowohl jemand, der weiß, wie man die Wii mit dem Internet verbindet, als auch jemand, der dabei Hilfe benötigt, je 500 Wii Points verdienen. Um die Wii Points zu erhalten, müssen sich der Verbindungshelfer und die Person, der geholfen wurde, registrieren. Sind Sie der Geholfene, öffnen Sie bitte den Wii Shop-Kanal Ihrer Wii-Konsole. Wählen Sie Aktion Verbindungshelfer und anschließend Person, der geholfen wurde, aus. Als nächstes geben Sie den Wii-Code des Verbindungshelfers ein. Nachdem Sie ein paar Fragen beantwortet haben, ist Ihre Anmeldung als Person, der geholfen wurde, abgeschlossen. Sie finden den Wii-Code im Adressbuch der Wii-PIN-Wand. Nachdem der Geholfene seine Registrierung abgeschlossen hat, ist der Verbindungshelfer am Zug. Falls Sie der Helfer sind, wählen Sie im Wii Shop-Kanal Aktion Verbindungshelfer und anschließend Verbindungshelfer aus. Dann geben Sie bitte den Wii-Code der Person ein, der Sie geholfen haben. Nun ist Ihre Registrierung abgeschlossen und der Verbindungshelfer erhält 500 Wii Points. Wenn die Person, der geholfen wurde, sich dann auch mit dem Wii Shop-Kanal verbindet, erhält diese ebenfalls 500 Wii Points.